Die Olympischen Spiele von Rio de Janeiro 2016 haben nun auch ihre Maskottchen. Eine gelbe Wildkatze für Olympia, ein blaues Waldwesen mit Blätterhut für die Paralympics. Innerhalb der letzten 15 Monate wurden sie designt. Bei der Gestaltung wurden vor allem landestypische Charakteristiken berücksichtigt. Das Maskottchen der Olympischen Spiele ist eine Mischung aller brasilianischen Tiere. Das Maskottchen der Paralympischen Spiele ist eine Kombination aus unserer Flora. Beide repräsentieren die Vielfältigkeit unseres Landes. Die Maskottchen sollen während der Olympischen und Paralympischen Spiele in erster Linie das Publikum begeistern. Noch sind die beiden aber namenlos. Bis Mitte Dezember kann online abgestimmt werden, wie das bunte Pärchen heißen soll.